Einen schönen guten Morgen hier aus meinem Wohnzimmer, ihr Lieben. So, ich habe eine frohe Botschaft zu verkünden. Heute gibt es auf meinem Kochkanal den ersten Livestream. Ja, ja, ich werde heute mit einem besonderen Gast livestreamen. Und zwar, ja, wer das ist, das verrate ich natürlich noch nicht. Aber es werden sich natürlich wieder unfassbare Szenen abspielen hier in dieser Küche, die ihr ja schon alle kennt. Da werde ich dann mit meinem Gast mein Unwesen treiben. Also, wer mag, kann gerne dazukommen. Link zum Kanal in der Videobeschreibung abonnieren, Glocke drücken und dann bekommst du auch die Benachrichtigung, wenn der Livestream losgeht. Also, bis später.